Deutschlandfunk Ein Uhr, die Nachrichten. Der Acker- und Waldbrand im brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster hat sich weiter ausgebreitet. Der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte gab die betroffene Fläche mit 300 bis 800 Hektar an. Sturmböen machten die Löscharbeiten der Feuerwehrleute in Teilen unmöglich. Im Laufe des Einsatzes seien sieben Einsatzkräfte verletzt worden. Zudem sei eine Schweinemastanlage in Kölzer Siedlung abgebrannt. Viele Tiere seien dabei verendet. Das Feuer hatte sich gestern von zunächst 10 Hektar innerhalb kürzester Zeit ausgebreitet. Erste Bewohner von anliegenden Ortschaften mussten ihre Wohnung verlassen. In Brandenburg gilt derzeit fast überall die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Nach der für Mittwoch angekündigten weiteren Drosselung russischer Gaslieferungen nach Deutschland hat Bundeswirtschaftsminister Habeck den Ernst der Lage hervorgehoben. Es wird auch Zeit, dass das alles verstünden, sagte Habeck in der ARD. Deutschland müsse den Gasverbrauch reduzieren. Daran arbeite man. Zudem widersprach er erneut der russischen Darstellung, dass es technische Gründe für die Lieferkürzungen gebe. Die EU-Kommission sieht die Ankündigungen Russlands als Beleg für die Notwendigkeit von gemeinschaftlichen europäischen Notfallplanungen. Genau diese Art von Szenario habe die Kommission dazu veranlasst, Vorschläge zur Solidarität beim Gassparren vorzulegen, sagte ein Sprecher der Behörde in Brüssel. Die Entwicklung bestätige die eigene Analyse und man hoffe, dass der Rat der Mitgliedstaaten beim heutigen Treffen eine angemessene Antwort finden werde. Die für Energie zuständigen EU-Minister wollen demnach in Brüssel über einen möglichen Lieferstopp von Gas aus Russland beraten. UNO-Generalsekretär Guterres hat die Hinrichtungen von Demokratieaktivisten im Myanmar aufs Schärfste verurteilt. Nach Angaben eines Sprechers rief Guterres zudem zur sofortigen Freilassung aller willkürlich festgehaltenen Gefangenen auf. Endlich äußerte sich die UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet. Der EU-Außenbeauftragte Borrell nannte die Vollstreckung einen weiteren Schritt zur völligen Demontage der Rechtsstaatlichkeit. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch und Amnesty International bezeichneten die Hinrichtungen als willkürlich und unmenschlich. Die regierende Militärjunta in Myanmar hatte erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten Todesurteile vollstreckt. Dabei wurden vier Gegner der Militärmachthaber hingerichtet. In staatlichen Medien hieß es, die Männer seien wegen Beihilfe zu Terrorakten verurteilt worden. Unter ihnen waren ein früherer Parlamentarier sowie ein bekannter Demokratieaktivist. Papst Franziskus hat die Indigenen in Kanada um Vergebung für die einst von Kirchenvertretern begangenen Verbrechen an indigenen Kindern gebeten. Mitglieder der katholischen Kirche und der Ordensgemeinschaften hätten an Projekten der kulturellen Zerstörung und der erzwungenen Assimilierung teilgenommen, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Dies habe seinen Höhepunkt im System der Internatsschulen gefunden, betonte Franziskus. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden in Kanada über Jahrzehnte hinweg geschätzt 150.000 indigene Kinder ihren Familien entrissen und in von der Kirche geführten Internaten untergebracht. In den Schulen fielen viele Kinder sexualisierter Gewalt, Hunger und Krankheiten zum Opfer. Hunderte starben. In Afghanistan ist die Hälfte der Bevölkerung nach Angaben des Welternährungsprogrammes der Vereinten Nationen akut von Hunger bedroht. WFP-Landesdirektorin McGrawty sagte bei einem Online-Pressegespräch, es gehe um rund 18,5 Millionen Menschen. Versorgt werden könnten aber nur 10 Millionen. Weil die Finanzierung nicht ausreiche, müsse man unter den Hungernden priorisieren. Dieser Prozess sei extrem schwierig und oftmals herzzerreißend. McGrawty betonte, die Ernährungslage habe sich seit der Machtübernahme der islamistischen Taliban dramatisch verschlechtert. Die Gründe seien neben Corona-Pandemie und Wirtschaftskrise auch Dürren und Sturzfluten. Heute teilten die Behörden mit, in den vergangenen Tagen seien mindestens 18 Menschen bei Sturzfluten getötet worden. Zudem seien tausende Hektar landwirtschaftliche Fläche unbenutzbar geworden. Das Wetter. In der Nacht im Voralpenbereich länger anhaltende, teils gewittrige Starkregenfälle, sonst ostwärts abziehende Gewitter, anfangs noch Unwettergefahr. Im Westen auflockende Bewölkung und trocken 19 bis 11 Grad. Am Tage heiter bis wolkig und einzelne Schauertemperaturen im Norden und Westen 18 bis 23, sonst 24 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten. Dad. Dad. Töne. Dad. Dad. Untertitelung des ZDF, 2020